Ich bin gar nicht gebetet, ich verstehe nicht, ja, es ist heuer's weinenden Haaren, die ab sind. So, herzlich willkommen in unserem Transporter nach, wo wollen wir eigentlich hin? Köln. Köln, 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 richtig. Das heißt, wir sind jetzt unterwegs, das Mikro stößt hin und wieder oben gegen die Frontscheibe, das müsst ihr jetzt aushalten. Ja, also, Skyline fährt, unsere, ja. Ich kann jetzt leider nicht rufen, sonst werden die anderen verrückt. Ja, so ist es. Reden alle durch. Und auf den Kindersitzen, sie haben Weezen und Dozer Platz genommen. Deine Kinder sind hier. Fahr schneller, Mann. Sehr synchron. Ich glaube, ich spinne. Sind wir schon da? Ja, Puffer, ich muss aufs Klo, mir ist kalt, mir ist langweilig. Mir ist spockt. Ja, so ist das hier. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Klassenfahrt. So, Weezen, dein Highlight für, worauf freust du dich am meisten? Gamescom. VR-Brillen testen, Controller anschauen, Hardware-Pornos schauen und Star Citizen vielleicht auch sogar. Bisschen Star Citizen, ja? Ja, genau. Dozer. Mir wurde ja verboten, was ich jetzt halt eigentlich sagen wollte. Deswegen sage ich jetzt einfach halt Star Stables und Pac-Man. Mein little Pony. Ich dachte, wir verlieren dich einfach irgendwann im Pokémon-Suchpark. Ja, ganz dringend. Ich bin ein großer Pokémon-Freund. Was ich vorhin noch vergessen habe zu fragen. Was meinst du, Star Marine anspielbar auf dem CIG-Stand? Ich sage jetzt einfach mal ja. Wird Zeit. Ich glaube ja. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich bezweifle das ja. Das Beste kommt immer zum Schluss. Also, dann so kurz vor Release dürfen wir auch mal ein bisschen FPS zocken. Okay. Ich bin mir tatsächlich überhaupt nicht sicher. Du hast eine Spinne da im Mikro. Oh. Jetzt ist sie weg. Die hat ein Netz gebaut. Ja. Bei der Kamera. So lange stehen wir hier schon. Ich wollte sagen, kannst du mal sehen, wie langsam es heuer schwenkt. Jetzt heilt sie sich gerade ab. Vielleicht sieht man sie? Wollen sie sehen? Macht die nicht so groß vor der Linse. Gut, also ansonsten, Weston kommt morgen, haben wir gehört. Genau. Der kommt morgen an. Genauso wie Cecilia, die auch morgen anreist. Das heißt, wir sind hier sozusagen die Vanguard. Vorausgeschnellt und ohne Plan. Aber auf dem Weg. So ist es. Mit Plan. Mit Plan. Genau. So. Jetzt sind wir endlich im Hotelzimmer angekommen. Wir haben es geschafft. Mit Ausrüstung, mit allem drum und dran. Sogar mit Dozer. Das heißt, sie sogar. War schwer, dich ins Hotelzimmer zu kriegen. Ja, das ist wirklich gut. Sie haben wieder gar nichts getan, wie immer. Ja. Ja, was haben wir jetzt gemacht? Wir sind noch auf jeden Fall was essen gegangen. Das erste Kölsch trinken. Ja, genau. Und wieder Schlitzel essen. Total befahren. Wichtig war es. Also auf jeden Fall. Hunger macht böse, kann ich dazu nur sagen. Genau. Wir sind alle ein bisschen durch. Aber dafür fängt ja die Messe auch erst an. Und wir bereiten jetzt den Morgen Tag vor. Also die Fragen, die ihr geschickt habt, für Chris Roberts mal so rausschreiben. Damit, falls wir ihn morgen erwischen, wir direkt Ihnen die Fragen stellen können. Genau. Das ist auf jeden Fall eine ganz große Priorität. Und ansonsten, Dozer und ich, wir werden morgen ganz früh raus. Six o'clock, baby. So ist es, genau. Die anderen haben ein bisschen mehr Zeit. Ah, das Falterkommand schläft wieder ein bisschen länger. Damit wir blendend aussehen können. Genau. Dann gibt es noch Frühstück morgen früh. Und dann gibt es noch ein Saft. So hier kann er gar nicht schlafen, wie notwendig wäre. Aber das ist ja auch nicht weiter mit. Ja, und Skyline, du nimmst morgen dann den Westen mit Empfang. Ja, frei bis um acht. Wow. Das ist auf jeden Fall mal ein Ausblick. Wir haben auf jeden Fall ein hartes Programm vor dem Morgen. Aber das wird ein spaßiges Programm. Deshalb sind wir ja hier. Genau. Wenn wir reinkommen. Oder planen. Wenn wir reinkommen. Ja, komm. Komm überall rein. Wenn du kommst, kommst du halt auch in meine Tasche. Genau, ich schlüpfe da rein. So, besser als wie ein Taschenhund. Sehr schön. Wie ist der Taschenhund? Wir machen jetzt ein Schlusswort. Wir müssen jetzt hier mal langsam noch irgendwie ein bisschen arbeiten. See you on the flight deck. See you on the flight deck. See you on the flight deck, guys. See you in the flight deck. So ist es. No, no, no. Bestärk ihn in seinem Mund nicht auch noch. Genau. Auf geht's so, Idris.